...nach oben auf das Podest geht und das ist Tobias Bolle! Tobias, vor 6 Wochen hast du hier ein Super-Rennen gefahren, war das noch zu steigern? Ja, beiden kann man sich immer, aber seit dem Rennen, das ist jetzt, habe ich nur irgendwie mit dem Team gemacht. Und Leute, ich liebe dieses ganze Leben, wirklich einfach mein Opa und meine Mutti. Und ich sage mich, ich liebe das, was ich liebe das. Ja! 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 Ja!